Mit diesem Video erhaltet ihr einen Einblick in das Modell der gewaltfreien Kommunikation, das vom US-amerikanischen Psychologen und Konfliktmediator Marshall Rosenberg entwickelt wurde. Rosenberg geht davon aus, dass Menschen von Natur aus einfühlende Lebewesen sind. Trotz unseres angeborenen Mitgefühls fügen wir uns selbst und anderen mit unseren Worten Verletzungen und Leid zu. Was ist es also, was uns von unserer einfühlsamen Natur entfremdet und uns dazu bringt, uns gewalttätig zu verhalten? Und wie gelingt es uns, wieder mit unserer einfühlsamen Natur in Kontakt zu kommen und zu bleiben? Diese beiden Fragestellungen treiben Rosenberg an und zu welchen Antworten er gekommen ist, das erfahrt ihr jetzt. Ich fühle mich so verurteilt von deinen Worten. Ich fühle mich so abgewertet und weggeschickt. Bevor ich gehe, muss ich noch wissen, hast du das wirklich so gemeint? Bevor ich meine Selbstverteidigung errichte, bevor ich aus Verletzungen und Angst heraus spreche, bevor ich diese Mauer aus Worten baue, sage mir, habe ich richtig gehört? Habt ihr in eurem Leben schon mal eine Situation erlebt, wie sie in dem eben zitierten Gedichtsauszug zum Ausdruck kommt? Vielleicht mit einem Freund, einem Partner, in der Familie? Könnt ihr die beschriebenen Gefühle nachempfinden? Es ist doch erstaunlich, da sind wir in den Augen von Rosenberg von Natur aus sozial und empathisch und dennoch fügen wir uns selbst und gegenseitig unbeschreibliches Leid zu. Was ist es also, was uns von unserer einfühlenden Natur entfremdet? Rosenberg beantwortet diese Frage mit Mustern lebensentfremdender Kommunikation, die wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet haben. Unter besagtem Muster fasst er beispielsweise moralische Urteile. Wenn ich beispielsweise sage, du bist ignorant, die anderen sind faul, Insektenzerquetschen ist böse, du denkst immer nur an dich, ich bin nichts wert, dann fälle ich moralische Urteile. Ich stemple Menschen bzw. deren Verhalten ab und stecke sie damit in bestimmte Schubladen. Dieses Abstempeln können wir auch bei uns selbst in unserer Alltagskommunikation beobachten. Das läuft in der Regel ganz automatisch ab. Auf der Arbeit macht jemand einen Fehler und schon ist diese Person nicht ganz so helle. Ein solches Urteil zu fällen ist alles andere als sympathisch. Wenn wir moralische Urteile fällen, dann richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit darauf zuzuordnen und zu analysieren. Und dabei gerät aus dem Blick, was im Sinne der gewaltfreien Kommunikation wirklich wichtig ist. Nämlich die Frage danach, was der andere braucht und welche Bedürfnisse und Werte ich selbst habe. Ein weiteres Muster der lebensentfremdenden Kommunikation stellt das Anstellen von Vergleichen dar. Wir alle vergleichen, uns und andere. Stehen wir dabei selbst als der bessere Part dar, weil wir zum Beispiel klüger sind als die Kandidatin in der Quizshow oder ein geregelteres Leben führen als der junge arbeitssuchende Mann, dann fühlen wir uns auf Kosten der anderen Person überlegen. Vergleichen wir uns hingegen mit attraktiven Influencern oder begabten Menschen, die in ihrem Leben mehr erreicht haben, als wir jemals erreichen können, dann kommt unsere Psyche dabei nicht ganz so gut weg. Sowohl den Aufwärts- als auch den Abwärtsvergleichen liegt der Prozess der Verurteilung zugrunde. Wieder wird unreflektiert abgestempelt, anstatt sensibel zu sein. Rosenberg geht noch auf weitere Formen lebensentfremdender Kommunikation ein. Alle Formen haben miteinander gemeinsam, dass sie unser natürliches Mitgefühl blockieren. Wie ihr gesehen habt, ist das der Fall, wenn wir andere oder uns selbst verurteilen. Aber auch dann, wenn wir nicht akzeptieren, dass wir für unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen verantwortlich sind. Oder wenn wir unsere Wünsche in Form von Forderungen zum Ausdruck bringen, sprechen wir eine Sprache der Gewalt. Gut, jetzt wo wir wissen, wie es nicht geht, schauen wir uns doch mal an, wie man es richtig macht. Ihr seht hier das Modell der gewaltfreien Kommunikation, das aus vier Komponenten besteht. Zunächst haben wir die konkrete Handlung, die wir beobachten können und die unser Wohlbefinden beeinträchtigt. Oder Punkt 2 geht es darum, wie wir uns fühlen in Verbindung mit dem, was wir beobachten. Als drittes werfen wir einen Blick auf unsere Bedürfnisse, Werte, Wünsche und so weiter, aus denen diese Gefühle entstehen. Und zuletzt geht es dann um die konkrete Handlung, um die wir bitten möchten, damit unser aller Leben reicher wird. Die Formel weckt in meinen Augen so ein bisschen den Eindruck, dass die gewaltfreie Kommunikation als eine Sprachtechnik verstanden werden muss, deren Wirkung sich nur dann entfaltet, wenn der Vierschritt statisch abgearbeitet wird. Dem ist aber nicht so. Gewaltfreie Kommunikation ist vielmehr ein Bewusstsein bzw. eine innere Einstellung als eine Technik. Das bedeutet, dass die gewaltfreie Kommunikation je nach Situation ganz unterschiedlich zur Anwendung kommen kann. Beispielsweise kommuniziere ich auch dann gewaltfrei, wenn ich die Informationsteile von anderen Menschen einfühlsam aufnehme. Ich muss auch nicht unbedingt sprechen, um meine innere Einstellung zum Ausdruck zu bringen. Das gelingt nämlich auch über die Qualität von Gestik und Mimik. Schauen wir uns die einzelnen Komponenten der gewaltfreien Kommunikation genauer an, damit das Modell klarer wird. Zunächst zum ersten Punkt, nämlich dem Beobachten. Bei dieser Komponente der gewaltfreien Kommunikation ist es wichtig, Beobachtungen von Bewertungen zu trennen. Beobachtung wird in der Literatur als eine zielgerichtete, aufmerksame Wahrnehmung definiert. Es geht hierbei um alle Phänomene, die ich objektiv mit meinen Sinnen erfassen kann. Alles, was kognitiv darüber hinausgeht, ist keine Beobachtung mehr, sondern eine Interpretation bzw. eine Bewertung. Im Alltag vermischen wir ständig Beobachtungen mit Bewertungen. Aussagen wie, sie stresst mich, du meldest dich selten oder das war echt schlecht, sind Beispiele dafür. Rosenberg sagt, dass unsere Gesprächspartner eher dazu neigen, Kritik zu hören, wenn wir Beobachtungen und Bewertungen nicht klar voneinander trennen und auf diese Kritik mit Abwehr reagieren. Das leuchtet ein, wenn mir jemand sagt, ich würde mich selten melden, dann würde ich das vermutlich reflexartig ablehnen, anstatt zuzustimmen. Wenn wir möchten, dass unser Gegenüber das hört, was wir sagen wollen, dann ist es wichtig, Beobachtungen und Bewertungen klar voneinander zu trennen. Anstatt zu sagen, sie stresst mich, sage ich, wenn ich ihr dreimal sagen muss, dass sie ihre Schuhe wegräumen soll, dann stresst mich das. Aus, du meldest dich selten wird, du hast mich in den vergangenen zwei Wochen nur einmal angeschrieben. Und bei dem Satz, das war schlecht, trennen wir die Beobachtung von der Bewertung beispielsweise, indem wir sagen, als er den Springer nach E4 gezogen hat, hat er seine Dame eingestellt. Das Verhalten von Menschen wertfrei zu beobachten, ohne dass wir bei der Beobachtung gleichzeitig Urteile fällen, ist nach dem indischen Philosophen Krishnamurti die höchste Form menschlicher Intelligenz. Von diesem Philosophen habt ihr schon mal was gehört, wenn ihr euch mein Video zu Paul Watzlawick angeschaut habt. In der zweiten Komponente des Modells der gewaltfreien Kommunikation teilen wir unsere Gefühle in Verbindung mit dem, was wir beobachten mit. Damit es uns gelingt, unser Erleben verbal durch die Benennung eines Gefühls zum Ausdruck zu bringen, brauchen wir einen großen Gefühlswortschatz. Habt ihr einen großen Gefühlswortschatz? Rosenberg geht davon aus, dass dem eher nicht so ist. Er zitiert May, einen Psychoanalytiker, und sagt, für viele von uns jedoch sind Gefühle mit Mays Worten ausgedrückt so begrenzt wie die Töne eines Hornbläsers. Als Begründung führt Rosenberg die Sozialisierung in unserer Gesellschaft an. Im Alltag werden wir eher selten nach unseren Gefühlen gefragt und selbst beschäftigen wir uns viel häufiger mit Konformitätsfragen wie, was halten die anderen von mir oder wie sollte ich mich in dieser Situation verhalten, anstatt dass wir über unsere eigenen Gefühle nachdenken. Ihr könnt die Probe aufs Exempel machen. Nehmt euch ein weißes Blatt Papier und schreibt alle positiven Gefühle auf, die euch einfallen. Womöglich seid ihr selbst erschrocken darüber, auf wie wenige ihr kommt. Eure Liste könnt ihr dann ja mal mit der von Rosenberg abgleichen, die ich euch an das Skript angehängt habe, auf das ihr über die Beschreibung zugreifen könnt. Mit einem großen Gefühlswortschatz gelingt es uns leichter, miteinander in Kontakt zu treten. Erinnert euch an einen heftigen Streit, den ihr mit jemandem hattet. An die gegenseitigen Vorwürfe und Anschuldigungen, die ihr euch an den Kopf geworfen habt. Im Blick auf die Gefühlskomponente der GfK hätte dieser Streit entschärft werden können, wenn ihr über eure Gefühle eure eigene Verletzlichkeit zum Ausdruck gebracht hättet. Zum Beispiel mit den Aussagen, ich habe Angst, ich fühle mich einsam oder ich fühle mich schuldig. Natürlich wäre es auch denkbar, die Gefühlskomponente bei anderen empathisch wahrzunehmen. Zum Beispiel, du bist enttäuscht oder du bist frustriert. Durch den Perspektivwechsel entsteht ein gegenseitiges Verständnis, auf dessen Basis statische Kommunikationsmuster aufgebrochen werden können. Damit euch das tatsächlich gelingt, dürft ihr aber nicht den Fehler machen, Gefühle mit Nichtgefühlen zu verwechseln. Ein Nichtgefühl wären zum Beispiel die Aussagen, ich habe das Gefühl, dass ich es dir nie recht machen kann oder ich fühle mich wie der letzte Dreck. Von einem Nichtgefühl spricht Rosenberg dann, wenn wir von Fühlen sprechen, ohne dass wir dabei ein wirkliches Gefühl zum Ausdruck bringen. In den beiden Beispielen handelt es sich um Gedanken und nicht um Gefühle. Das Gefühl, dass ich es dir nie recht machen kann, gibt es nicht. In Wirklichkeit handelt es sich hierbei bereits um eine Bewertung. Gleiches gilt für die Aussage, wie der letzte Dreck. Natürlich wird durch diesen Gedanken deutlich, dass sich die Person nicht gut fühlt. Aber ob sie nun deprimiert, enttäuscht, verbittert, missmutig oder was auch immer ist, das bleibt im Verborgenen. Geht diesen Nichtgefühlen nicht auf den Leim, denn über sie kommen wir nicht miteinander in Kontakt. Mit der dritten Komponente werfen wir einen genaueren Blick auf die Bedürfnisse, aus denen unsere Gefühle entstehen. Euren Bedürfnissen könnt ihr auf den Grund gehen, wenn ihr euch fragt, was es eigentlich ist, was ihr braucht. Und wenn ihr jetzt denkt, ein neues Smartphone und dabei Sehnsucht empfindet, dann konkretisiere ich meine Frage, ich meine, was ihr wirklich braucht. Hinter dem Wunsch nach einem neuen Smartphone, um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben, könnten Bedürfnisse wie Selbstwert oder Akzeptanz von anderen stehen. Das Smartphone als solches ist kein Bedürfnis. Um nie gewaltfreie Kommunikation zu leben, müsst ihr dazu in der Lage sein, eure Gefühle mit euren Bedürfnissen in Zusammenhang zu bringen. Das gelingt euch aber nur dann, wenn ihr euch von dem Irrglauben verabschiedet, dass das, was andere sagen oder tun, als Ursache für eure Gefühle herhalten kann. Bleiben wir gedanklich doch mal bei der Streitsituation und nehmen an, dass euer Mitbewohner sein dreckiges Geschirr auf dem Tisch stehen gelassen hat. Und im Vorbeigehen merkt ihr jetzt an, ich mach das später weg. Vermutlich empfindet ihr in dieser Situation Wut oder Frust. Aber nicht wegen der Handlung des Mitbewohners, sondern weil euer Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit nicht erfüllt wird. Erkennt ihr das Bedürfnis hinter eurem Gefühl nicht, werdet ihr die Schuld entweder auf euch nehmen und beispielsweise denken, dann mach ich das eben selbst weg. Oder ihr gebt ihm die Schuld und macht ihm eine Ansage. Einer empathischen Kommunikation sind beide Varianten nicht zuträglich. In der gewaltfreien Kommunikation ist es zielführend, wenn wir unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse entdecken und diese zum Ausdruck bringen. Ich bin verärgert, wenn du dein benutztes Geschirr auf dem Esstisch stehen lässt, weil mir Ordnung und Sauberkeit in den Bereichen, die wir gemeinsam verwenden, wichtig ist. Wir geben mit dieser Aussage weder uns selbst noch der anderen Person die Schuld für unser Gefühl, sondern wir übernehmen die Verantwortung für unser Gefühl, indem wir die dahinterstehenden Bedürfnisse erkennen und akzeptieren. Die gewaltfreie Kommunikation wenden wir natürlich auch dann an, wenn wir die Gefühle und Bedürfnisse des anderen wahrnehmen. Im konkreten Fall könnten wir fragen, bist du von unserer Absprache, dass jeder seinen Dreck gleich wegräumt, genervt, weil du gerne selbst entscheiden möchtest, wann du dein Geschirr wegräumst? Wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse aussprechen oder die Bedürfnisse des anderen zum Ausdruck bringen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass darauf einfühlsam reagiert wird. Umgekehrt, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht ernst nehmen, dann tun andere das auch nicht. Bisher habt ihr die ersten drei Komponenten der gewaltfreien Kommunikation kennengelernt. Ihr wisst, warum es wichtig ist, Beobachtungen von Bewertungen zu trennen und habt gehört, wie diese Trennung gelingen kann. Ihr wisst über die Bedeutung eines großen Gefühlswortschatzes und könnt Gefühle von Nichtgefühlen unterscheiden. Und eben habt ihr erfahren, dass wir selbst die Verantwortung für unser Denken, Fühlen und Handeln tragen und dass es für eine empathische Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist, dass es uns gelingt, unsere Gefühle mit unseren Bedürfnissen in Zusammenhang zu bringen. In der vierten Komponente der GfK geht es um die konkrete Handlung, um die wir bitten möchten, damit unser aller Leben reicher wird. Dabei gilt es, verschiedene Dinge zu beachten. Zunächst ist wichtig, dass die Bitte in einer positiven Handlungssprache formuliert wird. Das Beispiel mit dem dreckigen Geschirr aufgreifend wäre es nicht positiv zu sagen, bitte lass dein dreckiges Geschirr hier nicht rumstehen. Denn was der Sprecher hier eigentlich will, das sagt er nicht. Und dann ist die Irritation, wenn das Geschirr tags drauf auf der Spüle nicht auf dem Tisch steht und der Sprecher immer noch unzufrieden ist, natürlich groß. Mit der Bitte, ich hätte gerne, dass du dein Geschirr auf dem Tisch in die Spülmaschine räumst, bringen wir eine eindeutig machbare Handlung zum Ausdruck. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Mitbewohner dieser Bitte nicht nachkommt und erwidert, ich habe doch gesagt, dass ich das später mache. Es wäre durchaus verständlich, wenn wir in dieser Situation eskalieren. Weißt du was, wenn du meinst, dich nicht an unsere gemeinsamen Regeln halten zu müssen, dann ist es vielleicht besser, wenn du dir eine neue WG suchst. Aber wie kam es zu diesem Gewaltausbruch? Der Stolperstein lag in diesem Fall darin, dass die formulierte Bitte gar keine Bitte, sondern eine Forderung war. Einer Bitte kann man nachkommen, muss man aber nicht, schließlich handelt es sich vielmehr um einen Wunsch. In dem Moment, in dem der Sprecher kritisiert oder verurteilt, nachdem sein Wunsch ausgeschlagen wird, enttarnt er seine Bitte als Forderung. Wer wirklich nur einen Wunsch formuliert, der reagiert doch dann, wenn er auf Ablehnung stößt, einfühlsam auf die Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers. Im konkreten Fall also beispielsweise mit der Frage, bist du von unserer Absprache, dass jeder seinen Dreck gleich wegräumt, genervt, weil du gerne selbst entscheiden möchtest, wann du dein Geschirr wegräumst? Kennt ihr ja schon. Nur um das nochmal ganz klar herauszustellen. In der GFK geht es nicht darum, andere zu verändern oder sie zu manipulieren. Es geht darum, auf Einfühlsamkeit und Offenheit basierende Beziehungen aufzubauen. Damit habt ihr auch schon alle Komponenten der GFK kennengelernt. Ihr könnt die gewonnenen Erkenntnisse vertiefen, indem ihr euer eigenes Denken und eure eigene Ausdrucksweise einfach mal selbst beobachtet. Habt ihr Zugang zu eurem empathischen Wesen? Wenn ihr euer Wissen über die GFK vertiefen wollt, dann empfehle ich euch, selbst einen Blick in Rosenbergs Bücher zu werfen. Die von mir verwendete Literatur findet ihr in der Videobeschreibung bzw. im Skript. Zum Abschluss werfen wir nochmal kurz einen Blick auf die Kerngedanken der GFK. Gewaltfreie Kommunikation hilft uns bei der Entfaltung unseres natürlichen Einfühlungsvermögens, damit wir mit uns selbst und unseren Mitmenschen empathisch in Kontakt kommen können. Dadurch, dass wir unser Bewusstsein auf die vier Komponenten, was beobachten wir, was fühlen wir, was brauchen wir und worum wollen wir Bitten richten, können wir unsere Ausdrucksweise und unser Zuhören umgestalten und unsere Lebensqualität steigern. Die gewaltfreie Kommunikation befähigt uns, unser natürliches Wesen ehrlich und klar auszudrücken und gleichzeitig anderen Menschen unsere respektvolle und einfühlsame Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn ich euer Interesse für das Thema Kommunikation geweckt habe, dann kann ich euch die Videos über die Theorien von Friedemann Schulz von Thun und von Paul Watzlawick empfehlen. Schaut da gerne mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.